Ich habe diese Technik mit vielen Trainer gelernt, sowohl in meinem Land als auch in Japan. Alle haben mich auf eine Art gelernt. Und so der Grundfasage, das Kleigewicht zu treffen, ein Schritt zu machen, dass man sich auf die Technik mit der 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 Technik. Alle haben sich so gemacht, dass ich so gemacht habe. Und ich habe sehr gut gesehen, dass ich so gemacht habe. Ich habe mich sehr gut gemacht. Ich habe mich sehr gut gemacht. Aber ich habe mich sehr gut gemacht. Wenn ich mit dem Fuß weiterfahne gehe, dann habe ich mich nicht mehr gewissen. Wenn ich mit dem Fuß weiterfahne gehe, dann habe ich keine Chance zu bekommen. Ich kenne keine Technik mehr, die ich in dieser Position habe. Ich habe die Fluchtinflusse, die geraten in eine unanminimische Situation, wenn ich zum Tief bin. Aus diesem Fall muss ich meine eigene Variante suchen, und die Kinder muss ein bisschen das Bein nach vorne anfangen. Was passiert dann, wenn das Bein nicht ist, muss ich eine längere Bewegung machen. Ich habe wieder eine eigene Variante, die Sie schon gesehen haben, aber ich kann diese Variante nicht machen. Ich habe dann begriffen, dass ich meine Variante kommen muss, und die Variante werden ich gesagt. Bez Ordina, wie ich stehe. Da li stehe parallel? Da li stehe mit dem Nogum? Ich habe noch mehr gesagt, wenn ich die Nogum noch nicht verabschiede. Ich habe immer mit dem Nogum festgestellt. Das ist das Kiel für die Machen. Aber ich habe die Machen mit der Distanz? Ich bin hier. Die Art der ich mich bildet, wie ich hier herbeige ich zeige, das ist der Führer, das ist die manchen. Das ist das, weil ich mir das Problem ist. Ich habe das, dass die Hand nicht mehr etwas zu sein. Das ist wichtig, dass der Kontakt es zu sein. Das ist wirklich das, dass der Kontakt nicht mehr Und das ist das Knieg. Ich habe den Weg nach einem anderen Stad. Leber noch. Und es muss man sich nicht mehr durch die Hände bewegen. Die Hände kommen, das der Hände kommt, mit der Hände, die gleiche Plätze zu machen. Das ist das Knieg. 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 Wenn der Spine ganz nach hinten steht, dann muss man in der selben Position sein. Wenn der Spine ganz nach hinten steht, dann muss man in der Schenkel gehen. Wenn der Spine geht, dann muss man in der Schenkel gehen. Da, und jetzt mit dem Schenkel gehen. Jetzt mit der Spine geht, und jetzt mit der Schenkel gehen. Und jetzt mit dem Schenkel gehen. Es ist wichtig, dass die Spine zubere, mit dem Schenkel gehen. Und jetzt mit dem Schenkel gehen. Und jetzt mit dem Schenkel gehen. Ja, aber jetzt mit dem Schenkel gehen. Vielen Dank.